Servus zusammen, es ist Mittwochmorgen, 24. Mai, 6.13 Uhr, Early Bird. In diesem Clip geht es um Nasdaq, ich glaube, da passiert ein bisschen was. Schulden-Obergrenzen-Anhebung, was ein Wort. Im Französischen gibt es das längste zugelassene Wort, das heißt, glaube ich, Antikonstitutionellement, das sind 26 Buchstaben, mehr darf nicht. Aber auf Deutsch können wir ja da endlos lange Wörter machen. Schulden-Obergrenzen-Anhebung. Das ist und bleibt das Thema. Meine Meinung dazu ist, die werden sich einigen. Dann wird der eine nachgeben und der andere bekommt ein bisschen mehr und jeder stellt sich als Held hin, also das typische Politikerzeug. Wenn diese Meldung kommt, Schulden-Obergrenzen-Anhebung-Abgesegnet, über Blumenberg, über Reuters oder von mir aus auch über das Aldi-Laufband, dann wird es hier meines Erachtens erstmal eine Entlastung geben. Entlastung im Sinne, beim Nasdaq kann ich mir durchaus vorstellen, zwei, zweieinhalb Prozent, vielleicht sogar eine 14.000. Irgendwo da, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann geht man in die zweiten Zeilen rein. Was passieren sollte ist, Nasdaq steigt, Gold fällt und dann, wie gesagt, kommt man in die zweite Zeile rein und dann überlegt man sich, ist das alles so richtig? Das Steuereinkommen ist geringer als die Ausgaben, das ist technisch gesehen eine Rezession. Wenn das kommt und die Leute dann den zweiten Satz lesen, zu welchen Preisen oder zu welchem Preis, zu welchen Bedingungen diese Schulden-Obergrenzen-Anhebungen vonstatten gingen, wird nach dem Anstieg im Nasdaq meines Erachtens nach das Ding fallen, deutlicher fallen. Und das Gold wird, nachdem es anfangs gefallen ist, deutlicher steigen. Das ist meine ganz banale Aussicht, wie sich das hier vorstellt. Das Problem für uns als Leute, die dann da handeln wollen, ist, wenn es so schnelle Bewegungen sind, dann sind auch die Emittenten gezwungen, die Preise breiter zu machen oder gar auszusetzen. Da muss man drauf vorbereitet sein. Das wird ein schneller, heftiger Markt. Ich nenne euch nachher ein paar Scheine, wie man das vielleicht ein bisschen umgehen kann, aber jetzt gucken wir erstmal in Nasdaq selbst rein. Vor euch liegt der Monatschart. Und ich empfehle das ja immer mal wieder, nicht nur auf den Tag gucken, sondern auch mal auf die Woche und auch mal auf den Monat. Vom Monat her sieht das grundsätzlich noch alles okay aus. Wir sind weiter positiv über den Trendfolger. Jetzt sogar auf die antiquierte Ansicht hier mit den Linien werden wir gerade eben positiv. Wir gelten zwar überkauft über den Oszillator, aber das ist wurscht. Da ist kein Verkaufssignal. Und guckt mal hier, das ist das Beispiel, was ich immer wieder nehme. Da sind wir, na komm her, wo ist meine Maus? Von hier, das ist der, also ich gucke hier unten auf den Punkt, das ist der Mai 2020. Hat das gedauert bis zum 3.1.2022, bis der ein Verkaufssignal gegeben hat. Deswegen, Monat ist hoch, aber ohne echte, echten Verkaufssignal. Wir haben von dieser Bewegung hier, vom 1.11.2021 runter, haben wir das 50er Retracement erreicht. Sind auch leicht über der 200-Monats-Linie. Also es ist eine klassische Korrekturbewegung. Gehen wir mal auf die Woche. Die sieht ein bisschen fieser aus. Zu diesem Grauenbereich komme ich gleich. Auch hier natürlich dann das 50er leicht über Boden. Durch die Bewegung der letzten Woche sind wir drüber. Es ist hoch, es neigt leicht den Kopf, der Oszillator. Aber das ist auch hier noch kein Verkaufssignal. Wenn diese, die nächste Woche hier auch nochmal kürzer wird, bekomme ich hier auf Wochensicht ein Verkaufssignal. Habe ich aber noch nicht. Wir spielen oben am oberen Band rum. Das ist ein Widerstand, aber auch nicht mehr. Wir haben dieses Hoch hier, von der Woche, vom 15.08.2022, war das Hoch bei 13.719. Sind wir auch leicht drüber gewesen. Auch schon am, war das nicht vorgestern? Mit 13.803. Es ist nicht viel, aber wir waren leicht drüber. Von daher, Woche neigt zur Vorsicht. Jetzt gehen wir auf den Tag. Der Tag, der Tag. Diese graue Beschriftung hier, die kommt von hier hinten. Die habe ich auch schon ziemlich lang gezogen, weil das ist für mich eigentlich der klassische Widerstand. Die Verbindung aus einem Zwischenhoch mit einer Fibozahl, die bei 13.611 ist. Da sind wir drüber. Wir sind über diesen grauen Kasten drüber gegangen, aber wir sind auch schon wieder drinnen. Ich sehe hier keinen nennenswerten Endanleger-Spurt. Den sehe ich nicht. Es gibt immer mal wieder das Argument, ja, die haben aber jetzt diese ganze Rallye hier, die wir jetzt hier hatten, oder auch hier seit März, wann war denn das, seit März diesen Jahres, wurde verpasst. Ja, glaube ich. Aber deswegen springt man auch nicht unbedingt auf dem Zug auf. Also deswegen das Argument, das lasse ich nur bedingt gelten. Wir werden hier von der Technik auch schon negativ. Wenn der heute negativ rausgeht, oder auch nur in der Nähe des Tiefskurses von gestern, kriege ich hier die zweite Bestätigung. Lang, kurz, kurz. Auch nicht schön. Wir sind noch nicht negativ, aber wir sind so ein bisschen schwammrig über die Stochastik. Am oberen Band gewesen. Wieder rein in das Crowding. Also ich rechne grundsätzlich mit dem Erreichen von 13.325. Das ist die 20-Tage-Linie. Das verbindet sich auch ganz gut mit dieser Seitwärtsphase, hier seit dem 31.03. Das ist eigentlich das, womit ich rechne. Aber nochmals, wenn wir es schaffen, oder wenn wir diese Nachricht lesen, über Reuters, Bloomberg, wo auch immer, dass das also erledigt ist, und die jetzt nach Hause gehen können, und können sich alle feiern, weil sie alle ganz toll sind, wird das eine schnelle Bewegung nach oben geben. Für diesen Fall bereite ich mich folgendermaßen vor. Ich habe zwei Calls genommen. 12.803 und 13.254. 12.803. Da sind wir unterhalb von diesem 38er Retracement, was wir hatten von der Bewegung vom letzten Jahr, sind wir ein bisschen drunter, in der Nähe von diesem Tief. Der ist nur für den Fall, dass wir deutlicher verlieren sollten, was ich nicht glaube. Also nicht als erste Reaktion auf diese Bekanntgabe, dass die sich da irgendwie geeinigt haben. Wer es ein bisschen heiser will, hätte ich hier eine 13.254. Da sind wir unterhalb der 20-Tage-Linie. Ich werde nicht auf den Anstieg spekulieren. Das mache ich nicht. Das sollen andere machen. Ich glaube, der geht so schnell. Entweder ich habe die Dinger vorher schon, aber sie dann zu kaufen, wenn es hier rüber geht, ich glaube, das wird schief gehen, weil eben, wie gesagt, die Bewegung zu groß ist. Mich interessieren vielmehr diese Putz hier. Da habe ich als erstes genommen 14.113. Da sind wir hinter der 14.000, so psychologische Marke, und wir sind oberhalb des oberen Bandes, für den Fall, dass es schnell hoch geht. Da muss ich aber vorher ein Limit reinlegen. Und das Limit muss sehr generös gesetzt werden. Soll sagen, jetzt sind wir hier bei 13.676, den berechne ich mir auf so, wenn wir bei 14.000 sind, so ungefähr, muss ich mal schauen. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet heute Morgen, aber der dürfte dann irgendwo so bei 1,50 Euro liegen. Ich glaube allerdings, dass das ein Schein sein wird, bei dem das Brett dann auseinander gehen wird, eben weil das ist zu schnell. Da kommen ja die Emittenten wahrscheinlich gar nicht nach. Deswegen, den finde ich interessanter hier. 14.417, im Moment ein 18er Hebel. Da sind wir hinter, ich gehe nochmal auf das, hinter dem 61er Retracement, von dieser Bewegung. Also das wird bei mir das äußerste Max für eine schnelle Bewegung nach oben. Nochmal, Rosa. Da. 14.417, hier hinter. Und selbst da kann ich mir vorstellen, also ich lege da rein, 2 Euro, 1,50 Euro, 1 Euro. Aber bitte überschaubare Position. Kann sein, dass ich Glück habe und den kriege. Wenn das eintritt, was ich denke, eine schnelle Bewegung nach oben. Hu, endlich haben die sich geeinigt. Und da mal gucken. Nichtsdestotrotz, über die Wochen und Monate hinaus bleibe ich hier eher skeptisch für den Markt und rechne eigentlich eher mit so einer Bewegung hier. Keine seitwärts, die hatten wir. Mit so einer Bewegung hier und die war seinerzeit von 12.865 auf 11.700, also rund 1.000 Punkte. Das ist eigentlich auch das, was ich mir vorstellen kann. Von der 13.676 auf so eine 12.600, hier so aufs untere Band, auf diese Unterstützung, so in die Nähe dieser Unterstützung hier. Das ist eigentlich das, womit ich jetzt rechne in den nächsten Wochen. Ich kaufe den hier nicht mehr. Ich bleibe skeptisch. Das gilt für den DAX ähnlich, aber das mache ich heute Abend. Und jetzt wollte ich noch eins sagen. Ich habe diese Scheine hier jetzt anders genannt, dass es da kein Problem mehr gibt. K.O. Turbo Scheine. Das sind also keine Mini Futures oder sonst was. Das sind K.O. Turbo Scheine. Nur um das deutlicher zu machen, das wird ja heute Abend am Mittwochabend jetzt auch nochmal sagen, was den DAX angeht. Nicht, dass es da im Wording irgendwie ein Problem gibt. Ja, so sieht es bei mir aus. Also ich rechne mit einer kurzfristigen Bewegung nach oben, Pulver nicht verschießen und dann allerdings mit der langgezogenen Abwärtsbewegung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und werte Beute. Baba.